Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Fußball-Podcast mit mir und mit dem Arno. Jawohl, lange lange ist es sehr, dass wir mal wieder was aufgenommen haben oder ja gemacht haben. Außer jetzt hat mal vom War See Together abgesehen, aber mal wieder Fußball angesagt. Und zwar mit einigen richtig, richtig geilen Themen. Guardiola zu den Bayern, wir werden ein bisschen drüber quatschen, ob das ganze System funktionieren kann in München. Da natürlich dann noch auf Summer eingehen, da ja auch dazu gekommen ist. Noch dazu dann ein paar andere Teams durchgehen, Dortmund, Wolfsburg, Hoffenheim und so weiter und so fort. Vielleicht nochmal so ein bisschen die Hinrunde Revue passieren lassen. Dann noch einen kleinen Ausblick auf die Rückrunde geben und so weiter und so fort. Also es lohnt sich auf jeden Fall wieder mit reinzuhören. Und ich würde mal sagen, wir fangen gleich mit dem größten Hammer an, oder? Mit Guardiola, der ja ab der nächsten Saison dann bei den Bayern ist. Und da stellt sich doch gleich mal die Frage, kann das System Guardiola auch bei den Bayern funktionieren? Was sagst du dazu? Tja, das ist eine gute Frage. Das werden wir sehen. Also natürlich sind jetzt natürlich alle Bayern-Fans unheimlich euphorisch, die Medien überschlagen sich. Er ist mit Sicherheit ein guter Trainer. Ob er ein außergewöhnlich guter Trainer ist, wird sich dann zeigen, denn man darf ja eins nicht vergessen. Ich meine, die Qualität, die der FC Barcelona gehabt hat oder hat, da musst du zwangsläufig einen Titel holen. Also wenn du als Trainer mit dem FC Barcelona keinen Titel holst, hast du was falsch gemacht. Ja. Ich muss nicht sagen, sicheren Seite sind, aber wo sie Planungssicherheit haben. Und die haben sie natürlich mit dem Trainer, der knapp über 40 ist auf alle Fälle. Ob das Bayern-Spiel sich jetzt verändern wird, weil jetzt heute war ja in der Presse zu lesen, kann Bayern Tiki-Taka oder sowas? Ich meine, das ist ja nicht Guardiola gewesen, der diesen Spielstil entwickelt hat, sondern dieser Stil wurde ja vor vielen, vielen Jahren von Cruyff damals als Credo für den FC Barcelona ausgegeben und wurde oder wird seit Jahren schon in allen Jugendmannschaften gespielt. Das heißt, die Jugendspieler in Barcelona kriegen das ja quasi, wie soll ich sagen, mit der Muttermilch eingepflanzt und haben das also in Fleisch und Blut. Deswegen, ich sage mal, salopp gesagt, könnte man auch sagen, beim FC Barcelona würde meine Oma Meister werden. Aber mal gucken. Also auf alle Fälle muss man sagen, es hat natürlich eine Riesenwirkung für die Liga nach außen, das muss man sagen. Denn in der Presse stand ja drin, dass er wohl Angebote hatte, Italien, England, also alle großen Ligen waren hinter ihm her. Und ich denke mit Sicherheit auch jeder der größeren Vereine und alle anderen ambitionierten Vereine, wo ein Trainerstuhl eventuell frei wird ab nächster Saison, haben immer auf dem Zettel gehabt. Und das ist natürlich für die Bundesliga ein sehr, sehr gutes Signal. Also das muss man sagen. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich finde, es wird eine spannende Zeit werden mit Guardiola da. Da freut man sich auch als Nicht-Bayern-Fan. Ja, klar, weil wenn es gut geht, dann, ja gut, wenn es gut, also wenn es funktioniert aus Bayern-Sicht, dann wird es, ja, sag mal, da wird es vielleicht fast langweilig werden. Wobei ich glaube, dass die Dortmunder mittlerweile auf einem richtig, richtig guten Weg sind, dem Bayern auf lange Sicht Paroli zu bieten. Ja. Wenn es schief geht, dann hat man natürlich als Nicht-Bayern-Fan seinen Spaß, weil dann die Presse wird es dann natürlich genüsslich ausschlachten, wie immer. Ja, ich finde, man hat auch, wenn man jetzt mal Guardiola bei Barca sieht und jetzt dann bei den Bayern, man hat so ein bisschen auch Parallelen. Ich meine, in Spanien hat man Barca und Real und bei uns hat man jetzt Dortmund und Bayern, die beide noch so ein bisschen gut sind. Aber ich weiß auch nicht so recht, ob jetzt Guardiola das umsetzen kann, was er in Barca gemacht hat und ob er es überhaupt will. Ich meine, natürlich wird er einige Punkte mit reinbringen, wie er es in Barcelona gespielt hat. Aber jetzt zum Beispiel mal, wenn man Robben mit reinnimmt, kann es mit Robben überhaupt funktionieren? Ich meine, Robben ist ja dann doch eher der, sag ich mal, für sich eher spielt. Ob das dann so funktioniert, ist für mich auch wieder eine Frage. Ob er die Spieler dazu hat, die er in München, um das Ganze durchzusetzen. Das ist ja der Punkt, das ist ja genau der Punkt, den ich damit meinte. Es ist natürlich einfach, eine Mannschaft zu übernehmen, die einen Spielstil oder wo die Spieler diesen Stil seit ihrer Jugend im Prinzip spielen. In allen Jugendmannschaften und wenn du dir die Schlüsselpositionen bei Barca anschaust, ob das ein Pujol ist, ob das ein Iniesta ist, ob das ein Xavi ist, Messi. Das sind alles Spieler, die kommen eigentlich auch aus der Jugend von Barca oder aus den Jugendteams. Das heißt, die haben diesen Stil wirklich drin, dieses System drin. Von daher ist es natürlich relativ einfach, wenn du solche außergewöhnlichen Spieler hast, die dieses System schon immer gespielt haben. Das wird natürlich für die Bayern ein bisschen eine Umstellung werden. Ich weiß nicht, ob sie das Spielermaterial dafür haben. Wie du gesagt hast, Robben ist mit Sicherheit ein sehr, sehr, sehr guter Fußballer, aber auch ein sehr großer Egoist. Auf der anderen Seite muss er sagen, der muss auch erstmal gesund werden. Ich meine, der ist ja sowieso seit letzter Zeit wieder sehr, sehr häufig verletzt, was er ja seine gesamte Karriere schon immer Probleme mitgehabt hat. Also das wird auf alle Fälle eine spannende Geschichte. Ich glaube aber, nichtsdestotrotz, dass sie im Spielermereich noch ein bisschen was tun müssen. Also die Verpflichtung mit Guardiola war natürlich für die Bayern auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, die einzig wirklich logische Konsequenz, wo sie ein Ausrufezeichen setzen konnten nach Heinkes. Was hätten sie denn anders machen sollen? Klopp ist in Dortmund, den werden sie nicht kriegen. Sie brauchen aber irgendwie einen Gegenpart dazu. Sie brauchen einen Gegenpart zu diesem Konstrukt. Dortmund, Klopp, meiner Meinung nach. Sie haben es früher mal mit einem jungen Trainer versucht, mit Klinsmann, das ging grandios in die Hose. Und jetzt gibt es keinen anderen mehr, der auf dem Markt ist, wo man sagen kann, das macht Sinn, den da hinzusetzen. Du kannst keinen Streich da hinsetzen von Freiburg. Fafre war noch im Gespräch. Ja, aber Fafre hat auch jetzt, muss man sagen, ja, bei allem Respekt vor Gladbach, aber so richtig die Bäume ausgerissen, hat er jetzt da auch nicht. Also ich meine, auch die haben jetzt so ein bisschen Probleme dieses Jahr. Insofern ist er vielleicht nicht wirklich der Richtige für die Bayern und es wäre kein Ausrufezeichen gewesen. Fafre wäre gewesen, okay, mal schauen, ob er auch einen großen Verein trainieren kann. Aber das wäre, hätte keine Strahlkraft gehabt. Und Guardiola ist natürlich wirklich ein Name. Ja, der absolute Messias. Genau, genau. Haben die Bayern ja auch vorher schon gemacht mit Summer, mit Martinez. Also die haben, man merkt schon, dass die Bayern Angst haben vor Dortmund so ein bisschen auf jeden Fall. Dass sie ein Ausrufezeichen setzen. Also nicht nur Angst, aber sie merken, dass sie was machen müssen. Denn die Dortmunder sind jetzt stärker geworden mit den zwei Meistertiteln. Ja. Man merkt schon, die haben richtig jetzt mal wieder Bock, was zu gewinnen. Ja, der Stachel sitzt tief. Zwei Jahre ohne Titel oder beziehungsweise zwei Jahre ohne Meisterschaft. Das ist schon bitter. Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch, den die Bayern haben. Und man muss sagen, ich meine, das hat ja mit Summer angefangen. Das war ja so der erste Paukenschlag, den sie diese Saison rausgehauen haben. Wo man ja auch sagen muss, also einen besseren konnten sie nicht kriegen. Ja, klar. Ja, also meiner Meinung nach. Also sie haben sich wirklich die 1A mit Sterne Lösung dahingesetzt. Ein absolut würdiger Nachfolger für Hoeneß und zwar in allen Bereichen. Ja, der auch mal draufhaut. Er muss nur ein bisschen aufpassen, dass er es nicht übertreibt. Ja, das stimmt. Ja, also dieses Motzki-Ding, was er da immer gerne hat. Ich meine, er hat sehr, sehr hohe Ansprüche. Die hat er schon immer gehabt, auch an sich selbst. Er hat natürlich auch die Titel gewonnen, um das sagen zu dürfen. Ja, dass die Spieler wissen, okay, das ist nicht irgendein der Hergelaufener, sondern der hat in seiner Spielerkarriere schon was erreicht. Aber wenn er es zu häufig macht, dann nutzt sich sowas auch ab. Ja, das finde ich auch so ein Punkt, wo man sehen kann, oder wo es spannend bleibt, mit Guardiola und Summer zusammen. Beide finde ich ja schon sehr ehrgeizig. Beide sicherlich, ja, gute Leute. Aber ob das zusammen so gut funktioniert, genauso noch mit Hoeneß so ein bisschen im Hintergrund, wo jeder ja mehr oder weniger, natürlich wollen alle ein Erfolg, aber jeder hat so ein bisschen seine Sichtweise, was er durchsetzen will. Und Guardiola ist, denke ich mal, schon einer, der da jetzt mit einem ganz neuen Konzept hinkommen will. Vor allem, was auch noch vielleicht ganz interessant ist, der muss jetzt erstmal versuchen, noch das Van Gaal-System aus den Köpfen rauszukriegen von den Spielern. Ja. Weil ich denke mal schon, dass er wieder richtig, also offensiv spielen will. Aber was du vorhin noch erwähnt hast, dass er die Spieler bekommen hat bei Barca, die schon richtig gut sind, ist natürlich klar. Also, ich meine, viel bessere kann sie nicht kriegen, aber man muss auch dazu sagen, dass Guardiola ja mit Xavi und Iniesta die beiden da ins zentrale Mittelfeld gestellt hat. Und der ist ja mehr oder weniger jetzt das Herzstück von Barcelona ist, zumindest in den Medien. Ja. Und ich finde, das war auf jeden Fall richtig geil. Genauso mit Messi, dass er ihn praktisch so als, ja, falschen Neuner mehr oder weniger nach vorne gestellt hat. War ja auch mehr oder weniger seine Erfindung, sage ich mal, von dem neuen Spielertipp da. Ja, absolut. Und ich denke mal, so mit jungen Spielern kann er auch gut umgehen, wenn man mal sieht, was er bei Barca hat. Natürlich sind die alle stark, aber was er daraus gemacht hat, auch mit Messi, was er gemacht hat, wie der jetzt trifft. Ja, also nicht falsch verstehen. Ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass Guardiola ein guter Trainer ist und dass der sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat im Barcelona, selbstverständlich. Ob er das in einem völlig neuen Umfeld umsetzen kann, und du darfst eins nicht vergessen, Guardiola ist auch ein Barca-Kind gewesen. Also ich meine, auch der kannte jeden Grashalm dort, der kannte viele, viele Spieler, auch schon aus Jugendzeiten. Ob er das dann auch so umsetzen kann in einem völlig neuen Umfeld, bei einem neuen Verein, in einer neuen Stadt, in einer anderen Liga, in einem anderen Sprachkreis und in einer anderen Kultur, das wird spannend sein. Ich denke, alleine, wenn man schon darüber nachdenkt, so Guardiola und Barca, das passt halt echt perfekt zusammen. Wenn man so denkt, Guardiola und Bayern, ich finde, da ist noch ein großer Unterschied. Also da müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, wie das Ganze so harmoniert dann. Ja, absolut, absolut. Aber es ist natürlich aus Bayern-Seite auch ein Riesensignal nach außen, auch europäisch. Es ist nicht nur intern in der Liga, nach dem Motto, die, ich sage mal, die Dortmunder Überlegenheit der letzten zwei Jahre ist jetzt endgültig vorbei, sondern es ist auch ein ganz klares Signal an alle anderen großen Mannschaften im Ausland. Ob das Manchester United ist, ob das Real Madrid ist und so weiter und so fort. Schaut her, wir können den begehrtesten Trainer momentan der Welt wollen. Da können wir gleich eigentlich gleich weitermachen bei dem Thema, nämlich bei den Titeln. Was denkst du, schaffen die Bayern das Triple oder wie verabschiedet sich Jupp Heynckes nochmal mit irgendeinem Titel oder mit gar keinem? Ich denke, Meisterschaft ist klar, oder? Ja, Meisterschaft ist klar. Also wenn die Bayern dies ja nicht Meister werden, sollten sie einen Spielbetrieb einstellen. Ja, ganz klar. Ich meine, ich gebe ja zu, dass ich als Eintracht-Fern mit einem kleinen Auge immer noch auf den Abstand zu Platz 1 schiele. Aber nee, Spaß beiseite. Also das werden sie machen. Also da müsste jetzt schon wirklich ein Rieseneinbruch kommen und irgendein anderer müsste eine Riesenserie hinlegen. Wobei irgendein anderer wäre ja dann Dortmund. Leverkusen wird niemals Meister werden. Ja, glaube ich. Ja, also insofern kann es nur Dortmund sein, ob die diese, ich glaube, zwölf Punkte sind es? Ja, genau. Zwölf auf Dortmund, Mann auf Leverkusen. Also zwölf werden sie nicht aufholen. Also diese Serie kriegen sie nicht hin. Und selbst wenn die Bayern jetzt einen Einbruch kriegen würden, dann wäre die Presse sofort da und würde sagen, was ist mit dem Charakter dieser Mannschaft los? Ja, jetzt wollen sie sich nicht mehr reinhängen, weil sie genau wissen, Heinkes ist nächstes Jahr nicht mehr da und so weiter. Das können sich auch die Spieler nicht erlauben. Und dann wäre auch ein Summer da, der man dann schiebt. Absolut, absolut. Also Meisterschaft ist klar. Pokal glaube ich nicht. Ich glaube, die Dortmunder werden sich wieder durchsetzen. Ja, gut, da hast du natürlich mit Kloppen den richtigen Motivator für solche Spiele. Richtig, genau. Und die Spiele waren immer eng. Und die Bayern liegen den Dortmundern auch. Und die Dortmunder liegen den Bayern überhaupt nicht. Und von daher glaube ich, dass die Dortmunder sich da durchsetzen werden im Pokal und die Dortmunder den Pokalsieg holen. Wobei man sagen muss, das ist ja sowieso aus Bayern-Sicht der unwichtigste Titel von allen. Ja, klar. Weil in der Champions League, das könnte was werden. Also, ich meine, sie haben ja jetzt mit Arsenal vermeintlich relativ, in Anführungszeichen, leichtes Los. Ja. Und dann mal schauen. Ich meine, es hätte natürlich einen Reiz, wenn sie nochmal gegen Barca spielen würden. Ja, ich meine, eigentlich möchte man ganz gerne das Spiel sehen, Bayern gegen Barca. Ich warte seit Jahren drauf. Ja, und ja, schauen wir mal. Also, wobei ich den Dortmundern auch in der Champions League noch einiges zutraue. Ja, die haben ja richtig zugeschlagen im Vergleich zum letzten Jahr. Ja. Und ich damals gemacht. Ja, also wer sich in der Gruppe so eindrucksvoll durchsetzt, der ist auf alle Fälle mit Favorit. Also insofern würde ich sagen, die Bayern-Meistertitel, ja. Ja, also da kann sich jeder, der Bayern-Fan ist oder der vielleicht in München wohnt, schon mal den Tag reservieren, wo es auf dem Marienplatz wieder gefeiert wird. Und Champions League-Titel ist auch drin. Ist bei den Bayern immer mit drin. Sind sie immer gut für. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz bei den Bayern weiter. Wir labern schon wieder. Knapp 15 Minuten über die Bayern, aber ist ja immer so, ne? Ja, wie im Sport 1 hier. Genau, Martinez-Wechsel. Ist jetzt zwar schon ein bisschen länger her, aber wie gesagt, wir hatten übrigens den letzten Talk am 25.05. Ich habe mal nachgeschaut, also ewig her, wenn es interessiert. Und von daher ist viel passiert. Und Martinez, wie gesagt, ich muss sagen, natürlich als Spieler ganz klar eine Verstärkung. Aber ich finde auch, wenn man mal anschaut, wie die anderen Spieler jetzt besser geworden sind, nochmal ein Müller, ein Groß, wie die sich alle nochmal gesteigert haben, war es allein schon von der Hinsicht schon mal ein richtig guter Transfer, oder? Ja, ich kannte den gar nicht. Ja, also ich meine, ich beschäftige mich jetzt auch nicht riesig mit der spanischen Liga. Man kennt natürlich die Spieler, die bei Real oder bei Barca sind, die Leistungsträger. Aber der kam ja von Atletico. Als es dann hieß, sie haben Martinez für 40 Millionen geholt, habe ich erst mal gedacht, Mati wer? Ja, also kann ich überhaupt nicht. Und er hat natürlich jetzt auch in der Hinrunde noch nicht so das Riesenausrufezeichen gesetzt, wie jemand, der 40 Millionen gekostet hat. Mit Sicherheit ein sehr guter Spieler, keine Frage. Aber man erwartet natürlich auch was Außergewöhnliches von so einem Transfer in dieser Größenordnung. Ich meine, es gibt schon die Ersten, die haben gesagt, sie haben es nur gemacht, um zu zeigen, hey, wenn wir wollen, kriegen wir jeden. Ob er diese 40 Millionen wirklich wert ist, muss man da mal sehen. Und die Bayern haben natürlich auch mittlerweile ein richtiges Überangebot im Mittelfeld. Also Schweinsteiger, Martinez, Luis Gustavo, der eine sehr stabile Hinrunde gespielt hat, also in meinen Augen zumindest groß, der einen Riesenschritt gemacht hat dieses Jahr, finde ich. Müller, der sich wieder gefangen hat. Und wenn man jetzt Namen liest, die dann perspektivisch dann wieder für die Bayern interessant sind, wo sie sagen, wir wollen jetzt also vermehrt wieder junge deutsche Talente oder talentierte junge Spieler holen, wobei... Aus Frankfurt. Finger weg von Rode, sage ich, und der Junge bleibt auch hier. Ja, aber ich meine, was wollen sie mit dem Rode zum Beispiel? Also ich meine, im defensiven Mittelfeld sind sie überbesetzt, auch wenn ein Timoschuk geht. Aber ich bin mal gespannt, also Martinez vor allen Dingen jetzt, wenn er die Vorbereitung in der Rückrunde jetzt komplett mitgemacht hat, auch ein Schweinsteiger jetzt wirklich wieder richtig im Saft steht, der ja auch ein bisschen am Anfang der Hinrunde so ein bisschen Probleme noch hatte wegen der Verletzung. Man könnte fast Befürchtungen haben, dass er noch stärker werden. Ja. Ja, also spannend. Gomez ist jetzt auch wieder fit. Und da schauen wir mal. Also Martinez bin ich mal gespannt. Ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass da noch was kommt. Und bin auch der Meinung, da müsste noch was kommen. Also für 40 Millionen war das ein bisschen verhalten. Wie gesagt, ich finde, er hat irgendwie mehr durch seine Anwesenheit dazu beigetragen, dass die Bayern besser waren, als dass er selbst gespielt hat. Wenn man mal anschaut, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber es ist ja wirklich komisch. Die Bayern holen einen für 40 Millionen und machen da den anderen richtig Druck im Mittelfeld. Und schon wird ein Müller wieder besser, ein Groß wird um einiges besser. Also muss es ja irgendwie so ein bisschen mit zusammenhängen, dass die merken, hey, da kommt einer von hinten, da sollen wir mal ein bisschen aufpassen, ein bisschen wieder Gas geben. Ja, das ist doch normal. Also auch wenn es eine Phrase ist, konkurrenzbelebtes Geschäft. Und das ist aber auch, denke ich, völlig normal, wenn du, ich sage mal so, deine Wohlfühloase hast und weißt, du spielst sowieso und der, der hinter dir ist, übt keinen Druck aus, weil es vielleicht nur ein Jugendspieler ist und sonst irgendwas, dann spielt sich natürlich oder legt sich natürlich mit Sicherheit nach einer Zeit so ein bisschen Selbstzufriedenheit ein. Und man lässt es so ein bisschen vor sich hin plätschern und funktioniert. Aber wenn dann jemand kommt, wo man, ja, ich meine, viele Spieler wissen ja ungefähr, was für einen Marktwert sie haben. Und jetzt kommt irgendeiner, der hat den dreifachen Marktwert von mir. Also wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt ein defensiver Mittelfeldspieler bei Bayern München, hätte einen Marktwert von 10 Millionen. Auf einmal kommt einer, der kostet 40 Millionen. Vierfacher Marktwert. Natürlich reiße ich mir dann alles auf und sage, das wollen wir mal sehen, ob der an mir vorbeikommt. Ja, also insofern hilft es natürlich auch. Um nochmal darauf zurückzukommen, denkst du dann, dass die Bayern wirklich Martinez jetzt, sage ich mal, als, ja natürlich als Spieler geholt haben, ist ja klar, aber wirklich ihn so unbedingt gebraucht haben für die 40 Millionen oder ob die auch mehr gesehen haben, komm, wir machen den anderen mal ein bisschen Druck, wie du es gesagt hast, auch natürlich ein bisschen zeigen, hey, wir können uns den leisten und versuchen es auf dem Weg oder denkst du wirklich, die Bayern wollten Martinez als absoluten Superstar holen oder eben so ein bisschen auch als Motivation für die anderen? Weil ich glaube irgendwie, also das, was wie gesagt Martinez bisher gezeigt hat, sicherlich er ist ein guter Spieler, wie du es auch gesagt hast, aber so richtig rausgerissen hat er noch nichts und wenn man anzieht, wie die anderen besser geworden sind, ist schon echt krass eigentlich. Natürlich hast du dann, wie gesagt, hinten dran jemanden, der dir Druck macht, aber ich glaube, die beiden hatten da schon ein bisschen das mit im Hinterkopf, den zu holen, vielleicht sogar zum Großteil irgendwie. Zumindest kommt es mir so vor, ich weiß auch nicht, um eben Druck zu machen. Ja, da ist schon was dran. Also ich meine, das stimmt schon, was du da sagst. Also da ist, denke ich auch, weil, also so der Superstar war er ja vorher nicht. Vor allem für 40 Millionen, denke ich mal, hätten es ja doch auch eventuell noch jemand anders kriegen können, oder? Eben. Der Name auf der gewesen wäre vielleicht ein bisschen besser sogar noch. Ja, also wenn es ihnen nur darum ging, irgendeinen Namen zu holen, dann wäre es mit Sicherheit nicht Martinez gewesen. Mit Sicherheit nicht. Weil das war ein Name, der war ja mehr oder weniger, sag ich mal, nur Insider bekannt. Ja, also, oder Insider, die gesagt haben, jawohl, das ist berechtigt, dass man für diesen Spieler so viel Geld ausgibt. Viele haben ja gesagt, um Gottes Willen, kenn ich nicht, wieso zahlen die da 40 Millionen? Und natürlich, ich meine, wenn sich ein Verein, ich meine, die Bayern sind wahrscheinlich der einzige Verein in Deutschland, die sich leisten können, so viel Geld auszugeben für den Spieler, mit dem Hintergedanken, okay, den holen wir jetzt auch, weil wir ein bisschen Druck ausüben wollen. Nicht nur, also das wird nicht der Hauptgrund gewesen sein, aber das war mit Sicherheit eine Überlegung. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle mal einen kleinen Break, oder? Und labern mal über was anderes. Wir können ja gleich mal weitermachen mit dem Tabellendritten, mit den Dortmundern. Und zwar erst mal, ja, was passt noch nicht so richtig, wie es in der letzten Saison gelaufen ist? Wo hapert es vielleicht noch ein bisschen? Und denkst du, dass Nuri Sahin eine gute Verstärkung war? Oder ob man da ja einen Schnellschuss gemacht hat? Ob man gesagt hat, komm, der war schon mal bei uns so ungefähr, den können wir schon gebrauchen. Aber eigentlich, ich sage mal, so richtig gebraucht haben sie ihn ja eigentlich nicht. Die haben ihn ja mehr genommen, weil er schon mal da war. Und weil er natürlich auch mit dem Klopp, sage ich mal, gut zurechtkommt. Und der Klopp hat ja richtig gut gespielt, in der ersten Saison, wo sie Meister geworden sind dann. Von daher, es macht schon irgendwie Sinn, aber es kam alles dann doch sehr schnell, finde ich. Innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Tagen war er dann auf einmal da. Und ich weiß nicht so richtig. Vor allem, der war ja ewig verletzt. Kommt er da nochmal so richtig ran, zu seiner alten Topform? Und bringt er den Dortmundern richtig was? Tja, sie wissen natürlich, was sie kriegen. Also ich meine, es ist natürlich, wie sage ich mal, insofern ein Geschäft, das für beide Seiten Sinn macht. Schein weiß, auf was er sich einlässt, weiß, dass er dort mit offenen Armen empfangen wird, dass er dort ein riesen Standing hat. Und die Dortmunder wissen, was sie kriegen, wenn er in Topform ist. Welchen Typ Spieler sie kriegen. Ich glaube auch, dass die Dortmunder sowieso was hätten im defensiven Mittelfeld machen müssen, weil die Zeit von Kehl langsam zu Ende geht, der auch sehr viel verletzt ist, so dass sie da nur noch mit Bender und Gündogan zwei Leute haben, mit Leitner ein Backup. Aber da fehlt noch was. Und insofern macht das absolut Sinn. Und er war ja in der ersten Meistersaison der Dortmunder eigentlich der überragende Spieler gewesen. Und ich meine, das ist jetzt ja auch keiner, wo man sagt, seine beste Zeit ist vorbei. Das ist ein junger Kerl, der ist 23 oder so erst. Anfang 20. Also kann auch sein, dass er 24. Ist ja wurscht, Anfang 20. Also ist kein 30-, 32-Jähriger. Insofern, aus Dortmunder Sicht absolut Sinn. Macht absolut Sinn der Transfer. Okay. Meiner Meinung nach. Woran das liegt, dass sie dieses Jahr so ein bisschen Probleme haben, ich glaube, sie haben sich ein bisschen mehr auf die Champions League konzentriert, nach der Auslosung. Und das nicht so schlecht, ne? Und das nicht so schlecht. Und sie haben natürlich auch, muss man auch sagen, mittlerweile kennt jeder den Spielstil der Dortmunder. Und viele Mannschaften haben sich darauf eingestellt. Und es gibt immer mehr Mannschaften, die das kopieren, diesen Spielstil, den die Dortmunder machen, dieses blitzschnelle Umschalten. Und man merkt, dass sie dann immer ein bisschen Probleme kriegen, wenn sie im Prinzip mit ihrem eigenen System bekämpft werden. Ja. Aber auf Sicht mit dem Kader, ich meine, sie haben einen Boyce geholt, der sofort eingeschlagen hat. Ein Götze wird immer besser. Auch der hat ja Anfang der Saison Probleme gehabt mit Verletzungen und so weiter. Und ja, ich meine, sie haben im Prinzip das Problem gehabt, was die Bayern früher oft gehabt haben, nach dem Turnier haben sie ihre Zeit gebraucht, um reinzufinden. Die Bayern waren diesmal das erste Mal, glaube ich, seit Jahrzehnten nach dem großen Turnier sofort da. Und jetzt hat es halt die Dortmunder erwischt. Aber ja, ich glaube, dass sie, also langfristig gesehen, wird es der große Rivale für die Bayern sein. Was auch gut ist. Also wenn eine zweite Mannschaft dabei ist, die auf Sicht den Bayern Paroli bieten kann, dann ist das auch eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade mal angesprochen, noch mit dem offensiven Stil der Dortmunder. Was jetzt ja eigentlich mehr oder weniger genau das Gegenteil ist, ist ja, was die Leverkusener praktizieren, nämlich sich hinten reinstellen und über Konter zum Erfolg zu kommen. Denkst du, dass so ein System mit zwei Trainern, wie es jetzt die Dortmunder haben, mit Hübjer und Lewandowski, dass sowas auf Dauer gut geht oder dass man sowas auch öfters mal in der Bundesliga sehen kann? Oder ist es mehr so eine kleine Ausnahme? Ich meine, funktionieren tut es ja nicht schlecht, sonst würden es ja nicht da oben stehen. Ich meine, es ist ja schon richtig geil, was die zwei dann geleistet haben, mit Leverkusener auf dem zweiten Platz zu sein. Aber funktioniert es auf lange Sicht gesehen mit den beiden und funktioniert auch das System bei einem anderen Klub in der Bundesliga? Das kommt drauf an. Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass Hübjer und Lewandowski am Anfang der Saison auch gewaltig auf der Kippe standen. Denn der Start der Leverkusener war ja alles andere als gut gewesen. Und ob das auf Dauer funktioniert, ja, ich meine, momentan haben sie natürlich den Vorteil, sie haben Ruhe, es funktioniert. Kießling ist in der Überform. Das muss man auch mit berücksichtigen. Was andere Vereine betrifft, ich glaube, das ist eine Typenfrage. Es gibt mit Sicherheit Typen an Menschen, der sowas kann oder Menschen, die sowas können. Es wird aber auch viele geben, die das nicht mit sich machen lassen oder die nicht die Typen dafür. Also du brauchst wirklich zwei Leute und das scheinen Typ hier und Lewandowski zu sein, die gute Teamplayer sind. Und das funktioniert nur, wenn du zwei Leute hast, die wirklich gute Teamplayer sind. Und solange intern sind wohl die Claims klar abgesteckt, wer hat was zu sagen, wie und wer macht was und die zwei das so akzeptieren und damit umgehen können, dann funktioniert das. Aber man, ja, ich meine, es gibt ja jetzt schon den einen oder anderen Verein, der versucht, in dieselbe Richtung zu gehen. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Also natürlich neigt man dazu zu sagen, okay, was da funktioniert, funktioniert bei uns auch nur halt mit anderen Namen. Weiß ich nicht. Hängt, ist eine Typenfrage. Ja, der Klub macht es ja auch mehr oder weniger. Jetzt mit Wiesinger und dem Ding. Aber bin ich mir auch gespannt, ob das so funktioniert. Die meisten sagen ja, wobei, dann sind wir wieder beim anderen Thema. Ich glaube, wir bleiben erst mal ein bisschen weiter oben. Ja, da kommen wir noch zu. Ja, zum Sumpf da hinten. Du hast es angesprochen mit Kiesling. Jetzt mal ein anderes Thema. Nationalmannschaft und Kiesling. Wird das noch was oder wird Jogi Löw nie auf Stefan Kiesling zurückgreifen? Tja. Gute Frage, ne? Ja, ist wirklich eine gute Frage. Also ich muss sagen, ich bin seit der Europameisterschaft kein Riesenfreund mehr von Jogi Löw. Also normalerweise kommt er nicht um ihn rum. Also ich bin der Meinung, dass immer die Leute, die in der Torjägerliste vorne sind, auch eine Chance in der Nationalmannschaft verdient haben. Und dann zähle ich auch einen Alexander Mayer aus Frankfurt dazu. Ist so. Ja, und wenn es nur für ein, zwei Jahre ist oder sowas. Aber über Leute, die so einen Lauf haben, kommst du eigentlich nicht drum rum. Und wir sind im Sturm in der Nationalmannschaft alles andere als breit aufgestellt. Ja, das stimmt. Aber woran liegt's? Wieso nimmt er ihn nicht mit, Mensch? Tja, keine Ahnung. Es gibt ja viele, die sagen, dass Löw einen gewissen Spielertyp bevorzugt. Und zwar nicht von der Art und Weise, wie er spielt. Das natürlich auch. Aber auch charakterlich. Ja, oder ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Es ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und die Frage kann wahrscheinlich auch nur Löw selbst beantworten. Also es ist mir ein Rätsel. Warum Kießling keine Nominierung momentan bekommt. Verstehe ich nicht. Ja, stimmt. Auch mit Löw, was du vorhin gesagt hast, dass er so ein bisschen komisch geworden ist. Oder was heißt, geworden ist, war er wahrscheinlich schon immer so. Aber nachdem er ein paar Erfolge gehabt hat, hat es halt niemand erkannt. Aber was ich auch nicht so richtig verstehe, ist, dass er seine Fehler nicht so richtig zugeben kann. Ich meine, wenn man zum Beispiel einen Klopp anschaut, der hat ein Spiel verbockt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Auf jeden Fall danach gleich gesagt, ja, war mein Fehler, nehme ich auf meine Kappe. Und der Löw, der braucht da ewig, bis er mal den Fehler zugibt, da im Spiel gegen Italien im Halbfinale. Genauso eben auch dann vorne drin, wie du es gesagt hast, mit den Typen, die er da vorne haben will. Ich meine, Kießling kommt, der ackert wie die Sau, gibt 90 Minuten Vollgas, macht die Tore. Ich meine, was willst du mehr von dir drin im Sturm? Deswegen verstehe ich es eigentlich auch nicht, dass er ihn nicht mitnimmt. Ja. Wir können nicht mitentscheiden, leider. Nee. Nee. Also wie gesagt, da fällt mir auch wenig zu ein, was ich dazu sagen kann, eben weil ich es nicht verstehe. Ja. Ja. Das ist ja nicht das erste Mal, dass der Kießling vorne in der Torjägerliste mit dabei ist. Ja. Das ist ja die letzten Jahre konstant gewesen. Es ist wahrscheinlich sogar mit Gomez der treffsicherste deutsche Stürmer in den letzten Jahren gewesen. Ja, war sogar der beste Stürmer in dem Jahr, 2012 dann. Ja. Und dann hat er folglich auch seine Chance in der Nationalmannschaft verdient. Und braucht mir keiner erzählen, dass er in dem System nicht klarkommen wird. Also Entschuldigung. Einen Ball halten kann auch ein Kießling. Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit dem 4., 5. und 6. Frankfurt, Freiburg und Mainz. Wieso stehen solche Vereine da oben? Kannst du mal Frankfurt als Beispiel hernehmen? Frankfurt steht da oben, weil sie einen sehr guten Trainer haben. Muss man mittlerweile so sagen. Ich war kein Freund als Fee. Ich war kein Freund von Fee, als er verpflichtet worden ist im Anfang der zweiten Liga. Aber man muss sagen, der Mann weiß, was er tut. Der Mann hat einen klaren Plan. Das sieht man in der Spielweise von Frankfurt. Sie haben sehr gut eingekauft. Was an der Personalie Hübner in erster Linie ist, also an dem Sportdirektor in erster Linie. Liegt der, sich in der zweiten Liga auskannte, sehr, sehr gut auskannte. Wahrscheinlich alle Spiele auf dem Zettel schon hatte, aber nie nach Duisburg zum Beispiel holen könnte, wo er herkam. Und jetzt die Möglichkeiten hatte, sie zu holen. Und natürlich gehört ein bisschen Glück dazu. Dass die Spieler so einschlagen. Dass ein Aigner, dass ein Inui so einen Lauf kriegt. Dass ein Ojibka sich wieder... Das sind alles Spieler, wo man wusste, okay, die können kicken. Ein Ojibka hat in St. Pauli schon gut gespielt. Galt als eines der größten Talente in der Linksverteidigerposition. Hatte Leverkusen dann Pech mit dem Knöchelbruch. Kam dann nicht mehr an Cutlets vorbei. Das war eine Wundertüte. Also es hätte auch schief gehen können. Die mussten sich alle erst noch beweisen. Und natürlich hat man dann auch ein System gefunden, was zu dieser Mannschaft passt. Und sie haben natürlich auch mit dem ersten Punktspiel gegen Leverkusen, was sie dann gewonnen haben, und dann das zweite Spiel in Hoffenheim 4-0 gewonnen, dann kriegst du einfach einen Lauf. Ja, und dann war vieles Selbstläufer. Dann hat man gesehen, sie haben dann Probleme bekommen, als die Mannschaften sich nur hinten reingestellt haben. Weil am Anfang alle Mannschaften gegen die Eintracht gespielt haben, ach komm, das ist ein Aufsteiger, da spielen wir nach vorne. Und das war genau das, auf was sie gewartet haben. Dann kam natürlich auch die Anerkennung von anderen. Ich meine, Klopp hat nach dem Spiel der Dortmunder hier in Frankfurt gesagt, das war das beste Umschaltspiel, was er von der gegnerischen Mannschaft jemals gesehen hat. Die Stimmen nach dem Auftritt in München waren, die Eintracht war der stärkste Gegner, den die Bayern dieses Jahr zu Hause hatten. Spielerisch gesehen, vom System her. Jetzt muss man natürlich gucken, wie das jetzt in der Rückrunde abläuft. Die Mannschaften, man merkte auch zum Ende der Hinrunde, die immer mehr Mannschaften stellten sich auf ihren Spielstil ein. Dann wurde es immer schwerer. Und jetzt muss man mal gucken. Also ist nicht der Anspruch der Eintracht, da oben zu bleiben, aber es wäre natürlich ein Riesenbrett. Also Champions-League-Qualifikationen als Aufsteiger, also meine Herren. Also ich muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr angenehme, sehr, sehr schöne Hinrunde im Stadion. Ja, na ja. Also ich hatte aber auch anderthalb Jahre Scheiße zu sehen. Okay. Das kann man auch nicht vergessen. Mainz, um da mal auf Mainz gleich zu kommen, Mainz und Freiburg, und dann nehme ich beide einfach mal zusammen, liegt beides am Trainer. Ja, hätte ich auch gesagt. Streich und Tuchel. Ja, absolut. Ich meine, es gibt viele Leute, die können Tuchel nicht leiden. Denen ist er unsympathisch. Ich bin auch kein Freund, ich möchte mit denen kein Bier trinken gehen, aber ich bin der Meinung, dass es ein hervorragender Trainer ist. Ja. Und der Streich ist einfach jemand, den muss man geil finden. Diese Psychopathen. Also Psychopathen wirklich positiv. Ich bin ein Riesenfan von diesem Typen. Also den finde ich richtig klasse. Das ist aber wirklich Trainer. Ja, und meine Meinung war schon immer, ein Trainer kann dir wirklich viele, viele Punkte bringen in der Saison. Die Frage ist nur, kann so ein Trainer, jetzt nochmal um auf ein anderes Thema zu kommen, so ein Trainer auch bei einem großen Verein gut sein? Was denkst du? Also ein Streich zum Beispiel bei Dortmund nach Klopp, sagen wir jetzt einfach mal, wenn es so kommen würde. Kann er da genauso erfolgreich sein oder brauchst du da eher einen der, ja wie soll man es ausdrücken, so ein bisschen nicht professioneller, aber ich meine Streich in Freiburg, das ist ein eher kleiner Bundesliga-Verein, ein verrückter Typ, das passt halt perfekt zusammen. Gut, Klopp ist auch ein verrückter Typ bei Dortmund, von daher könnte es eigentlich auch passen. Aber denkst du, ein Streich oder auch ein Tuchel könnte es bei einem großen Verein in Deutschland schaffen? Das weiß man nicht. Also ich meine, es gibt ja viele, die damals gesagt haben, Klopp außerhalb von Mainz funktioniert nicht. Ja. Und er hat alle, er hat es eindrucksvoll widerlegt. Schwer zu sagen. Ich glaube, das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Erwartungshaltung hat der vermeintlich größere Verein, wenn er die Leute holt. Müssen die Leute sofort Ergebnisse bringen? Oder gewährt man ihnen ein Jahr Aufbauarbeit? Ja. Mal schauen. Ich meine, Tuchel ist ja in der Verlosung Schalke mit drin. Mhm. Und Schalke hat natürlich ein extrem unruhiges Umfeld. Das dürfte spannend sein zu sehen. Ich meine, in Mainz hat er natürlich auch eine Ruhe-Oase. Also ein Heidel und der Präsident von denen, fällt mir in der Name jetzt nicht ein, aber da hat er natürlich auch ein Umfeld, wo er gut arbeiten kann. Ähnliches ist ja in Freiburg auch der Fall. Ich meine, bei beiden Vereinen ist ja auch so der Anspruch, dass sie sagen, normalerweise spielen wir gegen den Abstieg, müssten wir gegen den Abstieg spielen. So sind wir froh, dass wir mal vorne mit drin sind und können jetzt was Außergewöhnliches leisten. Also von daher, schwer zu beantworten. Schwer zu beantworten. Von der fachlichen Qualifikation her mit Sicherheit. Beide. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Mannschaften, die eher vorne mit dabei sein müssten. Schalke, wir nehmen wir noch mit, nehmen wir noch Hamburg mit und Bremen vielleicht. Ja. Bei allen drei hapert es so ein bisschen. Ich meine, Schalke, was denkst du, werden die die Saison noch einigermaßen gut schaffen und wird es überhaupt da dieser, wie heißt denn der, Jonker? Nee, Schmarrn, das war ein anderer, oder? Nee, das war der, der Hamburg mal trainiert hat. Ja, mir fällt jetzt gerade der Name ein. Mir fällt der Name auch nicht ein. Egal, wird der das schaffen, die Schalke oben, beziehungsweise wieder nach oben zu führen, beziehungsweise wird er überhaupt die Saison noch überstehen bei Schalke oder wird er auch demnächst entlassen? Ich meine, Trainingslager war jetzt nicht überragend. Dann das 0-5 gegen die Bayern in der Vorbereitung. Gut, sagt natürlich jetzt nicht so viel aus, schon ein bisschen was, aber nicht alles, aber wird schwierig für ihn, oder? Ja, es ist ja Keller ist er jetzt. Keller, so heißt er genau. Genau, Keller ist er jetzt, Jens Keller. Ja, ist, glaube ich, eine Charakterfrage der Mannschaft, in meinen Augen. Also vom Spielermaterial her müssen sie viel weiter oben stehen. Es scheint so, dass sie der Verlust von Raoul doch mehr getroffen hat, als alle gedacht haben. Sie haben natürlich das Pech gehabt, dass Affelei, den sie aus Barcelona ausgeliehen haben, jetzt wieder lange verletzt ist. Sie haben viel Unruhe gehabt mit, und haben jetzt viel Unruhe mit Holtby, der zum Ende, oder vielleicht jetzt sogar schon geht. Das weiß man, steht ja immer mal wieder, wabert so als Gerüchter durch die Gegend, dass sie ihn vielleicht jetzt schon abgeben. Was ich persönlich der Meinung wäre, wahrscheinlich das Sinnvollste, denn der wird keinen leichten Stand bei den Fans haben. Ja, auf jeden Fall. Und wenn er dann irgendwie gleich anfängt mit schwächeren Spielen, dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Ich finde ihn auch ein bisschen überhypt, also ein bisschen überwährt läuft das Ganze. So überragend finde ich ihn jetzt auch wieder nicht. Er hat ein paar gute Spiele in Mainz damals gezeigt. Er hat auch in Schalke ein paar gute Spiele gezeigt, aber jetzt von Konstanz war da jetzt noch nichts zu sehen. Sie haben Raphael jetzt ausgeliehen. Da weiß man, dass das ein guter Spieler ist. Und den Rest muss man auch gucken. Ich meine, Hünteler wird auch nicht immer alles rausreißen können. Er hat jetzt wieder einen Vertrag bekommen. Vielleicht fängt er sich, vielleicht macht ihn das erst recht träge. Also schwierig zu sagen. Papadopoulos ist, glaube ich, auch jetzt länger verletzt. Kann sein, ja. Oder gesperrt oder so. Das ist ein wichtiger Mann hinten drin. Und sie haben ein Problem auf der Torwartposition. Da fehlt ihnen einer, der ihnen mal ein paar Punkte holt. Oder ihnen ein paar Punkte rettet. Und wenn du dann den Vergleich ziehst, um da nochmal kurz zurückzukommen, auf den Vereinen, die ein bisschen weiter oben sind. In Frankfurt zum Beispiel mit einem Trapp, der der Eintracht dieses Jahr wahrscheinlich schon acht Punkte geholt hat in der Hinrunde. Rechne bei Schalke solche Punkte drauf. Dann sind sie vorne drin. Also da fehlt ein bisschen was. Schalke, tja, Wundertüte. Die können auch richtig abstürzen noch. Ja. Also da kann jetzt auch richtig Chaos sein. Da kann jetzt richtig der Baum brennen. Lasst ihr die ersten zwei Spiele jetzt verlieren? Ja, die haben ja nicht. Die haben fünf Punkte auf die Champions League und sechs Punkte auf dem 15. Ja. Ich meine, nee, doch sieben. Nee, sechs. Also ist nicht viel Unterschied. Bist du ruckzuck drin. Dann würde ich sagen, mach mal weiter mit einem Verein, der einen richtig guten Torhüter auch hat, und zwar der HSV mit Adler. Hast du gedacht, dass Adler so stark wird beim HSV? Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen überrascht, dass er wieder so stark, zumindest so schnell gleich so stark geworden ist. Also dass er wieder stark wird, habe ich mir schon gedacht. Dass es so schnell ging, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja. Und ja, also ich glaube auch, er wird nicht lange in Hamburg bleiben, wenn er so weiter die Leistung bringt. Denn die Hamburger werden mit Sicherheit nicht in die internationalen Plätze reinrutschen. Glaube ich nicht. Okay. Dafür sind sie hinten nicht gut genug. Dafür sind sie in der Abwehr zu schwach. Van der Vaart wird ihnen nicht immer die Punkte retten. Der Junge hat genug private Probleme momentan selbst. Jetzt ist er eigentlich schon wieder zusammen mit ihr. Ja, das war alles PR. Alles PR. Aber gut. Ja, also, und sie brauchen natürlich vorne, die Hamburger bräuchten eigentlich noch vorne im Sturm einen Killer. Ja, jemanden, der zweistellig trifft. Also im Großen und Ganzen, nur Adler und Van der Vaart werden den HSV nicht auf die internationalen Plätze bringen. Also sie werden auch nicht absteigen, aber ich denke, irgendwo so im Mittelfeld werden sie landen. Ob sie dann im nächsten Jahr die beiden Spieler noch halten können, das steht auf dem anderen Punkt. Ja, das stimmt. Weil der Anspruch von Adler wird mit Sicherheit nicht sein, immer um Platz 8, 9 und 10 rumzuspielen. Und zwar sagte Van der Vaart, er ist wieder zu Hause, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auch er für den Rest seiner Karriere im Mittelfeld rummachen will. Also, glaube ich nicht. Für die Hamburger wird es wirklich schwer. Sie haben kein Geld. Sie sind auf einen Investor angewiesen. Auch der will vielleicht irgendwann mal ein bisschen Rendite sehen. Schwierige Zeiten. Und vielleicht gute Zeiten für Adler dann wieder in der Nationalmannschaft? Tja, an Neuer kommt er nicht vorbei. Okay, ja, eigentlich war er ja von Neuer bis zu seiner Verletzung vor. Ja, das war sein Pech. Das muss man halt wirklich sagen. Das war halt wirklich sein Pech. Das ist halt das Los, was die deutschen Torhüter haben momentan, diese Generation, dass es so viele sehr gute sind. Das ist vollkommen egal. Ich meine, theoretisch kann Löw, ob er Neuer, Adler, Trapp, Tess Degen ins Tor stellt, spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle in meinen Augen. Die sind alles Jungs, die sind mehr oder weniger auf einem Niveau. Und Neuer hat den Vorteil, dass er zwei Turniere gespielt hat, dass er die zwei Turniere anständig gespielt hat mit guten Leistungen und dass er bei Bayern spielt. Ja, das ist sowieso. Dauerhaft international. Was nicht heißen soll, dass Neuer kein guter Torwart ist. Absolut nicht. Aber ich sehe halt ihn nicht als den Außergewöhnlichen. Ich meine, das ist das Gleiche. Lehmann war auch mit Kahn auf einem Niveau und er kam trotzdem nie an ihm vorbei. Erst in der Endphase dann, aber... Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz runter. Wer steigt ab? Momentan Hoffenheim, Augsburg, Fürth. Wolfsburg kämpft noch ein bisschen. Naja, gut, die sind schon ein bisschen weg. Der Klub auch ein bisschen weg. Aber stehen die Absteiger schon fest? Sprich, Augsburg und Fürth direkt runter und Hoffenheim in die Relegation? Oder geht da noch irgendwas für irgendeinen von den drei Mannschaften? Tja, wenn ich drei Wünsche frei hätte... Wolfsburg, Hoffenheim und... Und irgendjemand. Aber Hauptsache Wolfsburg und Hoffenheim steigen ab. Also für Augsburg und Fürth wird es natürlich mehr als schwer. Ja, also Hauptmann, das war fast schon offensichtlich gewesen, dass es die Augsburger erwischt. Fürth, ja, erstaunlich, dass Fürth als vermeintlich bester Aufsteiger, denn sie sind ja Zweitligameister geworden, dann der schlechteste Aufsteiger nachher geworden ist mit den wenigsten Punkten. Da hätte ich eher die Fortuna erwartet. Aber gut, die haben eine riesen Rindrunde gespielt. Also, ich glaube, Fürth und Augsburg sind weg. Und ich glaube auch nicht, dass Hoffenheim da unten rauskommt. Ja, Moinheim, sieben Punkte auf Wolfsburg. Ja, Hoffenheim wird in die Relegation gehen. Wolfsburg wird es leider schaffen, aufgrund des Spielermaterials. Ja. Leider, muss man wirklich sagen. Und ich glaube aber, dass Hoffenheim in die Relegation geht. Wobei, sagen wir mal so, ich habe die Befürchtung, dass der Klub da unten noch einrutscht. Ja. Ja, der Hecking ist doch weg. Stimmt auch wieder. Ja, ich weiß nicht. Bin ich mal echt gespannt. Ich kann auch wirklich... Also gut, der Wiesinger war ja schon der Trainer bei der zweiten Mannschaft und hat das ja nicht so schlecht gemacht. Aber ob er dann für die Erste, ob es da reicht, ob er da so ein bisschen auch die Autorität hat, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt. Wobei, ja, die ganzen Spieler sagen, es ist irgendwie genauso wie bei Hecking. Der spielt genauso, hat genauso... Oder ist derselbe Typ, mehr oder weniger. Von daher, das stimmt einen ja positiv. Aber ob es dann letztendlich auch klappt, ich weiß es auch nicht. Gott sei Dank ist er schon acht Punkte weg. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen Ruhe vom Abstieg. Jetzt am besten einigermaßen gut rein starten. Ein paar Punkte holen jetzt gegen Hamburg, dann ein Pünktchen vielleicht. Ich glaube, Auswärts oder zu Hause? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall da vielleicht ein Pünktchen mitnehmen, dann wäre es nicht schlecht. Und dann ist Nächster gewinnen oder so. Gleich mal am Anfang wegziehen. Aber ich glaube nicht, dass da noch unten reinrutscht, der Klub. Ja, ich hoffe es auch nicht. Aber die Befürchtung ist halt da. Und da sind wir natürlich dann auch bei einem Punkt, bei der ja auch jetzt viel diskutiert worden ist. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass alles ab Trainer aufwärts, also dann auch Sportdirektoren und so weiter und so fort, in einer Saison nicht innerhalb der Liga wechseln dürfen. Das ist, finde ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also ein Verein wie Wolfsburg, der unten drin steht, der aufgrund der VW-Millionen alles machen kann, was sie wollen, der die 50 plus 1 Regelung und Financial Fair Play mit Füßen tritt, kauft mit viel, viel Geld, na gut, ich meine, so viel Geld ist ja nach Nürnberg nicht geflossen, aber sie kaufen mit Geld einen Trainer von einem unmittelbaren Konkurrenten. Ja, dann noch ein Manager. Ja, ziehe das Ganze auf die freie Wirtschaft. Du bist leitender Angestellter bei einem Unternehmen und dein Wettbewerber holt dich ab oder wirbt dich ab. Ich meine, das passiert, aber da hast du Sperrfristen. Ja. Diese Sperrfristen sind entweder, sind je nach deinem Vertrag ein paar Monate, können aber auch ein ganzes Jahr sein. Ich bin absolut dafür, dass auf dieser Ebene auch in der Bundesliga Sperrfristen eingeführt werden, weil es kann nicht sein, dass so etwas passiert. Dass ein Verein, der hinten drin steht, durch solche Sachen noch geschwächt wird, vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht funktioniert es auch mit Wiesinger und der Klub schlattet durch, kann alles passieren. Aber im ersten Moment muss man sagen, das ist eine Schwächung und das Wissen, was ein Hacking hatte, vom Klub geht zu einem unmittelbaren Konkurrenten. Und mit Wissen meine ich, der wusste mit Sicherheit, der war schon, die Planungen für die nächste Saison laufen ja bei den Vereinen schon, da werden ja schon Spieler sondiert, da werden Vorgespräche geführt und so weiter und so fort. Und das finde ich nicht gut. Nicht gut. Also ich will da auch den Hacking nicht irgendwie angreifen oder sowas. Also ich meine, muss jeder selbst wissen, was er da macht. Und er hat ja seine Familie, kommt ja aus der Region da oben. Ja, klar. Aber Stil ist anders. Ja. Muss man so sagen. Vor allem halt alles recht plötzlich. Ich war, ich weiß noch, ich war auf dem Hallenturnier mit meiner Fußballmannschaft und auf einmal sagt halt einer, ja der Hacking ist jetzt bei Wolfsburg und ich dachte mir erst, ja nicht so richtig hingehört, nur so ein Scherz. Und dann war es ja auf einmal doch durch. Wobei, wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt, ich glaube einen Tag vorher war es in der Zeitung standen und dann ist er danach gleich gewechselt. Das ist eigentlich abzusehen war irgendwie. Ich meine, er hat gemerkt, er hat mit Alofs einen hinten dran, der gut Ahnung hat, er hat viel Geld zur Verfügung noch dazu. Dann sicherlich eine Mannschaft, die nicht so schlecht ist. Freilich muss er die erstmal in den Griff kriegen, aber die nicht so schlecht ist. Und noch dazu die Familie, die in der Nähe ist. Ich meine, da spricht er eigentlich alles dafür. Noch dazu verdient er wahrscheinlich mehr. Oder das heißt wahrscheinlich, auf jeden Fall mehr. Von daher, ich weiß nicht. Natürlich ist es blöd, mitten in der Saison zu wechseln und gehört sich auch nicht. Da hast du schon recht. Aber wenn man jetzt mal sagen würde, er wäre am Saisonende gewechselt, da gibt es ja trotzdem immer welche, die dann sagen, wie kann der da hin wechseln und so weiter. Ich meine, ich finde immer, solche sind dann die Ersten, die, wenn sie selber ein Angebot von irgendeiner anderen Firma bekommen, jetzt von der Arbeit her, wo sie mehr verdienen, da gleich als Erster hinrennen. Von daher, ich finde es immer ein bisschen blöd. Und natürlich freut man sich, wenn einer sich mit einem Verein identifizieren kann, sprich jetzt zum Beispiel mit einem Klub, da war er jetzt lange, bei einem Traditionsverein oder so. Aber ich meine, ganz ehrlich, in der heutigen Welt, da macht doch jeder oder schaut doch jeder aufs Geld und geht dann woanders hin. Von daher, ich meine, jetzt hat natürlich mittendrin in der Saison, ist es blöd, gar keine Frage. Gehört sich auch, finde ich, meiner Meinung nach nicht. Aber man muss es auch mal so sehen, vom Geld her und so weiter. Und ich denke, da kann man ihn dann schon nachvollziehen, vor allem mit den Möglichkeiten, die er hat, jetzt ja dann beim VfL Wolfsburg. Ja, also ich meine, wie gesagt, man kann das schon nachvollziehen, warum man das macht. Also jemandem, ein Trainer, von dem nachgesagt wird, dass er sehr ehrgeizig ist, der in Nürnberg aufgrund der Situation des Klubs natürlich beschränkte finanzielle Mittel hatte, für den ist natürlich Wolfsburg erstmal ein Paradies. Man kann das Geld mehr oder weniger mit beiden Händen aus dem Fenster rauswerfen. Das ist das, was Magath die letzten Jahre dort gemacht hat. Allofs mit Sicherheit ein guter Manager und wahrscheinlich auch der Transfer, der die Wolfsburger in der ersten Liga halten wird. Kein Spielertransfer, kein Trainertransfer, aber der Transfer Allofs und zwar auf lange Sicht und sie werden leider, leider auch durch diesen Transfer wieder nach oben kommen. von daher kann man das aus Hackings Sicht schon verstehen. Ich mache ihm da auch keinen großen Vorwurf drauf. Ich sage, natürlich hat es in den Schwaben, würde man sagen, es hat es ein Geschmäckle, die ganze Geschichte, aber er dürfte es, die Statuten lassen es zu und dann kann man das bis zu einem gewissen Punkt auch schon irgendwo nachvollziehen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es von vornherein eine Regelung geben sollte, die eben genau so etwas unterbindet während der Saison. Dann hätte man sagen können, okay, Anfang der nächsten Saison kommt er, okay, fertig. Dann hast du als abgebender Verein in der Situation auch die Möglichkeit, zu reagieren. Entweder beurlaubst du den Trainer sofort, weil du sagst, du möchtest nicht, dass irgendwelche Insider-Informationen noch mitwechseln oder du ziehst das Ding noch durch. Aber so von heute auf morgen das Ganze, einen gegnerischen Verein, der mit dir unten drin steht, so auf den Kopf zu stellen, schon nicht in Ordnung. Und ich meine, aber um auf die anderen Vereine da unten rauszukommen, ich meine, Hoffenheim, schauen wir mal. Also ich meine, die Hoffenheimer scheinen ja ein Charakterproblem in ihrer Mannschaft zu haben. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie da unten rauskommen. Ja, also für mich stehen auch die drei fest eigentlich. Fürth, Augsburg. Und Hoffenheim kommt nur darauf an. Ich denke mal, die drei werden sich halt noch so ein bisschen streiten um Relegationsplatz. Und ich glaube, da hat sogar noch Augsburg die besten Chancen. Ja? Ich glaube, die packen es vielleicht sogar noch Frank-16. Ich weiß nicht. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Also Fürth glaube ich auf jeden Fall, dass die es nicht mehr packen. Da haben sie auch viel zu schlechte Transfers beziehungsweise Spieler geholt. Ja, also Fürth wird absteigen und dann wird bis nächstes Jahr Schalke-Trainer. Ja, das könnte sein. Ja. War ja schon mal im Gespräch. Ja, er passt dahin. Er war schon mal im Gespräch. Er hat das ja auch schon mal übergangsweise gemacht. Ja. Und er wäre auch eine junge Lösung. Ist ja für die Vereine, die nach vorne wollen, die da vorne drin sind, der Trend jetzt, den Dortmund mit Klopp vorgegeben hat. Ja. Wir brauchen jemanden, der auch ein bisschen nach außen hin ein bisschen was darstellen kann. Und das kann er natürlich bringen. Die Leute bringen ja, er bringt natürlich hohe Identifikation mit Schalke mit. Und natürlich einer, der mal schön einen den Hintern verzolt, wenn es mal nicht klappt. Also ein richtiger Motivator. Genau. Okay, also dann haben wir festgestellt, Hoffenheim, Augsburg, Fürth gehen höchstwahrscheinlich runter. Bayern wird Meister. Ja. Frankfurt kommt in die? Champions League-Qualifikation. Ne, wenn alles gut läuft. Ich hoffe, dass sie sich noch halten können auf dem Europa-League-Platz. Also das wäre, das wäre so wirklich das Sahnehäubchen. Aber auch wenn sie auf Platz 8 oder 9 oder 10 am Ende der Saison rauskommen, war es auch in Ordnung. Absolut. Eigentlich haben sie ja nicht großartig was zu befürchten, sage ich mal, oder? Zumindest wie es momentan läuft. Ich meine, Schalke schafft es irgendwie nicht hoch, Gladbach nicht. Gut, Stuttgart, die kommen wahrscheinlich wieder, sind ja immer stärker in der Rückrunde. Dann Hamburg. Du glaubst gar nicht, wie groß hier die Bedenken in und um Frankfurt sind. Vor zwei Jahren war die Situation nicht ganz so euphorisch, wie es jetzt ist und nicht ganz so gut, aber sie war auch nicht so viel schlechter. Und das alles endete in einem Abstieg. Aber das wird nicht mehr passieren dieses Jahr. Ich hoffe es nicht. Also erst mal wichtig, die 40 Punkte zu erreichen, dass dann auch möglichst schnell die Personalie fee geklärt ist, dass da keine Unruhe kommen kann. Wobei ich auch glaube, dass er genau weiß, was er hier an Frankfurt hat, nämlich ein Umfeld, wo er wirklich in Ruhe arbeiten kann. Das hätte er in Schalke nämlich nicht. Und dann schauen wir mal. Dann hängt wieder viel davon ab. Jetzt hast du morgen in Leverkusen in Leverkusen ein Spitzenspiel. Und dann nächste Woche gleich das Heimspiel zu Hause gegen Hoffenheim. Also legen sie so einen vergleichbaren Start hin wie in der Hinrunde, dann bleiben sie vorne drin. Und dann wird es auch schwer, sie da vorne zu verdrängen, wenn sie nicht noch von irgendwelchen Verletzungen gebeutelt werden. Ich meine, breit ist der Kader nicht. Ja. Dann würde ich sagen, dann können wir noch mal ganz schnell auf die Bayern drauf eingehen. Jetzt hatte ich gerade eine Frage und vergesse glaube ich gerade. Ach ja, und zwar, denkst du, dass jetzt der Transfer oder beziehungsweise ja der Trainertransfer, dass Guardiola da ist, dass es die Bayern noch mal so ein bisschen, ja, ich sag mal schlechter macht, dass die Bayern zu viel nachdenken oder zieht Heinke jetzt das durch und macht das alles, dass es passt, sprich, dass sie irgendeinen Titel holen beziehungsweise vielleicht sogar alle drei? Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja das, was wir am Anfang dann auch gesagt haben. Es ist natürlich eine Charakterfrage. Also ich meine, Heinke würde es nicht schleifen lassen. Für ihn persönlich wäre das natürlich, ich meine, der hat theoretisch die Chance, mit dem Triple eine Karriere zu wählen als Trainer. Was Besseres kann dir als Trainer ja überhaupt nicht passieren. Aber die Spieler? Die Spieler, da hat das eine Charakterfrage. Also ich meine, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass da, nein, auch die Spieler bei Bayern haben seit zwei Jahren keine Meisterschaft oder sowas mehr gewonnen, die wollen wieder einen Titel haben. Das gehört einfach zum Selbstverständnis da dazu und sie haben mit Heinkes, sie haben mit Sammer und sie haben mit Hoeneß die richtigen Leute, die denen schon in den Allerwertesten treten, wenn das nicht so funktioniert, wie sich das die Vereinsführung vorstellt. Und ich glaube auch, dass man sich sehr genau anschauen wird, wer lässt sich eventuell hängen oder wer lässt es schleifen und wer hängt sich rein. Mich hätte es mal interessiert, wenn die jetzt gleich am ersten Spieltag in der Rückrunde gegen irgendeinen Guten gespielt hätte, gegen Leverkusen oder gegen Dortmund, aber gegen Fürth sollten sie ja irgendwie schon gewinnen. Von daher kann man, glaube ich, nicht viel Schlüsse draus ziehen. Ja, absolut, absolut. Aber gut, ich meine, die erste große Prüfung müsste ja dann Arsenal sein. Ja, weiß gar nicht, wann das genau ist, aber müsste dann im Netz kommen. Und das Pokalspiel ist ja auch relativ zeitnah, aber wie gesagt, normalerweise in der Liga passt ja dem Bayern nichts mehr. Ja. Glaube ich nicht. Okay, dann würde ich fast sagen, hast du noch irgendwas zum Ansprechen oder beenden wir die Aufnahme? Ne, wir haben ja noch das Sicherheitspapier. Ach, stimmt, stimmt, wir haben noch das Sicherheitspapier. Schon länger her, ja, sag einfach mal deine Meinung dazu, wie gesagt, um nochmal für die Zuschauer das zu erklären. Ich habe nicht ganz so viel Ahnung davon, natürlich auch meine Meinung, aber fang du mal an am besten. Sicherheitspapier, ja, da kann man ja fast schon zwei Stunden drüber reden. Also ich versuche, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Okay. Das Sicherheitspapier ist eine einzige Katastrophe. Das Sicherheitspapier wurde gemacht, weil irgendwelche geltungssichtigen Politiker der Meinung waren, sie müssten jetzt hier den Hardliner spielen auf Kosten des Fußballs. Mit Unterstützung der Medien wurde ein Angst- und Schreckensszenario gemalt in der Öffentlichkeit, was auf keine Kuhhaut ging. Ich meine, du hast ja teilweise Berichterstattung gehabt, da hast du gedacht, also da ist es in Libyen momentan sicherer als in einem deutschen Fußballstadion, was der totale Schwachsinn ist. Ja, Mit Sicherheit ist es so, dass Gewalt bekämpft gehört. Ja, da bin ich auch sofort dabei, da bin ich auch ein Freund davon. Allerdings sollte man nicht alles sofort mit Gewalt und neuen Dimensionen und noch irgendwas machen. Es ist so, dass ich viele Sachen, die in diesem Sicherheitspapier drinstehen, für bedenklich halte, was wirklich auch Menschenrechte betrifft. Also dieses mögliche unter Arreststellen von Leuten nur auf Verdacht, Schnellgerichte einzuführen, dass Leute sofort verurteilt werden können. Ja. Und diese berühmten Nacktzelte, wo sich Leute ausziehen müssen, finde ich ein bisschen grenzwertig. Das wäre genau derselbe Fall und mit Sicherheit werden hier ich versuche das jetzt ein bisschen so unpolitisch wie möglich mich auszudrücken. Es wäre genau dasselbe, wie wenn einer von uns beiden Moslem wäre. Wir würden an einen Flughafen gehen, würden in die USA fliegen wollen und irgendjemand würde uns sagen, ihr seid Moslem, ihr geht bitte darüber ins Zelt, zieht euch aus, wir durchsuchen euch, weil dadurch, dass ihr Moslem seid, könntet ihr ja theoretisch Terroristen sein. Ja. Also es wird eine Gruppierung, in dem Fall, nenne ich jetzt einfach mal Fußballfans, Gruppierung, unter Generalverdacht gestellt. Erstmal. So. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr bedenklich finde. Dann gibt es ja die Möglichkeit, gibt es ja noch die Sachen, wo gesagt wird, also personalisierte Tickets, Daten, Gesichtsscanner und sonstige Sachen. All das sind ja Daten, die irgendwo gespeichert, was passiert mit diesen Daten. Das heißt, wenn wir ja die Daten werden gelöscht, wenn die Leute nichts gemacht haben. Gesagt werden kann viel. In meinen Augen hat die Liga sich da zu sehr von der Politik unter Druck setzen lassen. Und das war ein Ding, das kam von einigen Innenministern und es war im Herbst Mode gewesen, dass man als Innenminister radikale Maßnahmen gefordert hat. Das war in, das hat jeder Innenminister gemacht und jeder war der Meinung, er muss nochmal einen draufsetzen, um zu zeigen, was für ein toller Hengster ist. Und aus der Bundesliga kam wenig Gegenwehr, weil die Politik die Medien auf ihrer Seite hatte. Und so langsam aber sicher klärt sich ein bisschen das Bild. Was ich meine, Rettig, der ja von Augsburg jetzt zur DFL gegangen ist, war ja mit einer derjenigen, die gesagt haben, also man muss ja auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Die einzige vernünftige Berichterstattung in den Medien, die ich zu diesem ganzen Thema gesehen habe und gelesen habe, war in der Elf Freunde gewesen. das in meinen Augen sowieso das beste Fußballmagazin ist. Die waren die einzigen, die sich damit ein bisschen objektiv auseinandergesetzt haben, die das Ganze ein bisschen im Verhältnis gesehen haben. Natürlich gibt es ein Problem hier und da mit Gewalt, aber das Problem gibt es nicht in der ersten und zweiten Liga. Das Problem gibt es in den unteren Klassen. Und das weißt du besser als ich, mit Sicherheit, oder? Ja, also da kann man wirklich nur aus Erfahrung sprechen, bei manchen Spiel, wenn man dabei ist. Oder auch so, ich weiß gar nicht, wo es ein Artikel war, irgendeiner Zeitung auf jeden Fall, wo auch mal, oder im Internet glaube ich war es sogar, wo auch mal viele Beispiele gezeigt wurden, wie es in den unteren Ligen abgeht, wie da die Schiedsrichter und so weiter niedergemacht werden, wie die Zuschauer randalieren und so weiter. Und man sich auch denkt, was geht da ab und was sich dann natürlich auch so ein bisschen nach oben mit durchträgt, mehr oder weniger. Ja, und ich meine, ich sage mal jetzt, die ganzen Fans, die in den unteren Klassen wieder zuschauen, sprich irgendwie, keine Ahnung, Kreisklasse oder sonst was, das sind doch mehr oder weniger die radikalsten Fans, was jetzt so vom sich äußern ausgeht, sagen wir mal, was sie von sich geben und so weiter. Sprich, was die da aufs Spielfeld brüllen und so weiter, da sind ja die im Stadion richtig normal, sage ich mal, im Gegensatz zu denen. Ja, absolut, absolut. Und ich meine, wir haben ja, ich sage mal so, das Problem in den deutschen Fußball- Ligen, in der ersten und zweiten Liga, sind nicht irgendwelche Ultras, sondern das Problem sind irgendwelche braunen Neonazis, die versuchen nach und nach wieder die Kontrolle in den Kurven zu bekommen. Die Dortmunder hatten ihr Problem mit ihrer Front, die sie da irgendwo da rumlaufen haben, diese Westfalenfront oder wie die heißen. In Aachen haben die Ultras kapituliert, vor der Karlsbande, 60 ist auch ein Verein, die massive Probleme haben mit rechten Gruppierungen und da wird aber das Auge vor verschlossen. Das siehst du nirgendwo. Aber wenn irgendwo ein Bub irgendwo in Bengalo anzündet, da wird gleich so getan, als hätte derjenige auf dem Oktoberfest im Zelt eine Bombe gezündet, ja, in einem vollbesetzten. Und da stimmt einfach die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Ich kann nicht auf die einen Seite sagen, was dort passiert ist schrecklich und das ist alles furchtbar und das ist das Schlimmste überhaupt, aber auf der anderen, auf dem rechten Auge bin ich blind. Also, wenn dann schon richtig. Und genau das Gleiche ist ja, da sind wir wieder bei dieser Thematik, zum Beispiel Bengalo ist ja ein wunderbares Thema, über das man dann diskutieren kann. jahrelang hat sich beim Skispringen keiner daran gestört. Dieses Jahr war das erste Mal bei der Fischanzentournee, dass die Moderatoren dann gemerkt haben, naja, es klingt jetzt schon ein bisschen blöd, wenn in zwei Wochen die Bundesliga durch losgeht und wir regen uns da auf und hier sagen wir, hier ist eine tolle Atmosphäre. Das haben sie aber jahrelang gemacht. Also, und das, ja, also. Ich bin kein Freude. Ich hoffe nur, dass die Vereine dieses Sicherheitspapier wirklich so umsetzen, wie sie es danach gesagt haben, um die Fans zu beruhigen und gesagt haben, macht euch mal keine Gedanken, wir mussten was machen, wir haben das jetzt gemacht. Ob das dann auch so umgesetzt wird, steht auf dem anderen Blattpapier. Die Vereine konnten sowas schon immer durchsetzen, wenn sie es denn wollten. Siehe Bayern, als die Eintracht dort gespielt haben mit diesen Zelten, ich war nicht in München. Ich wäre aber auch, wenn ich eine Karte gehabt hätte, nicht ins Stadion gegangen, aus Protest. Ich wäre einer derjenigen gewesen, die davor stehen geblieben sind, weil ich finde, dass es geht einfach zu weit. Und ich lasse mich von keinem unter Generalverdacht stellen, von niemandem. Ja, ich finde es ein bisschen bedenklich, dass solche Sachen einfach von außen gesteuert werden können, ohne dass derjenige, der dort, ich nenne es jetzt mal der Veranstalter ist, in dem Fall die Liga, wirklich eine Möglichkeit hat, sich zu wehren. Das hatten sie nicht. Sie hatten keine Chance, sie mussten was machen, das haben sie getan. Jetzt kommt, glaube ich, dieses Wochenende, ist, glaube ich, so eine Initiative von allen Fernsehsendern und allen Berichterstattern zu diesem Thema Gewalt. Gewalt hat keine Chance oder irgendwie so. Ich glaube, morgen Abend gibt es im Sportstudio dazu eine Diskussionsrunde. Die werde ich mir mal anschauen, denn sie hatten das vor ein paar Monaten schon mal gemacht. Das war erstaunlich objektiv gewesen für das ZDF. Also war wirklich erstaunlich objektiv gewesen. Mal gucken. Ich hoffe, es bleibt erstaunlich objektiv. Man wird auch Fanvertreter zu Wort kommen lassen und nicht irgendwelche Hardliner, Innenminister oder Sprecher von Polizeigewerkschaften oder sowas. Auch die Polizei ist an vermeintlichen Ausschreitungen nicht immer ganz entschuldig. Ja, ich finde einfach, man müsste halt, man braucht, also man braucht natürlich schon so ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Darüber kann man mal nachdenken. Also ob man es ja dann direkt braucht, ist wieder was anderes. Man kann darüber nachdenken, sagen wir es mal so. Aber ich finde, man müsste halt einfach die Strafe ein bisschen erhöhen, mehr oder weniger. Ich meine, wieso sollte man Fans, die nichts dafür können, verdächtigen, anstatt dass man einfach halt diejenigen, die das machen, dann wirklich richtig hart bestraft, dann werden die sich schon überlegen. Also jetzt sagen wir mal mit Geld oder so, ob sie es das nächste Mal nochmal machen. Natürlich wird es da dann auch einige geben, die sagen, ist mir wurscht. Ich stehe zu meinem Verein in Anführungszeichen und mache nochmal sowas. Aber ich denke mal alleine, wenn man da die Strafen mal um einiges erhöhen würde, würde es das schon um einiges auch besser machen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die Strafen sind, keine Ahnung, aber ich stelle es mir zumindest so vor, dass es dann um einiges besser werden könnte. Na gut, es gibt die Stadionverbote, die ja wohl entweder vereinen oder bundesweit. Ich glaube, es gibt zwei Regelungen. Das eine ist, dass du nur für Heimspiele gesperrt bist, das andere gibt es bundesweite Regelungen. Aber bringt es das? Also ich kenne mich da nicht so aus, aber bringt es das? Oder schafft man es trotzdem, sich reinzuschmuggeln? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich frage mich immer, wie das durchgesetzt wird, weil ich musste de facto noch nie einen Ausweis zeigen, wenn ich irgendwo in ein Stadion reingekommen bin. Von daher habe ich meine Zweifel. Ich weiß aber auch nicht, welche Zusatzstrafe es gibt, falls du im Stadion erwischt werden solltest. Wenn du dann im Bau waren, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ja mal einer in die Kommentare schreiben, wenn du das einer weiß. Das weiß ich nicht. Also mich wundert das auch, wie man das immer durchsetzen konnte. Ich bin natürlich auch für eine, wenn jemand Mist gebaut hat, gehört er bestraft. Ist einfach so. Da bin ich auch dabei und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich bin aber nicht dabei, wenn es sowas im Schnellverfahren gemacht wird. Denn dort muss erst mal geklärt sein, hat derjenige das wirklich gemacht? Und es gibt viele, die Stadionverbote bekommen haben, die einfach nur dabei waren, die dabei standen. Und jetzt kann man natürlich sagen, na gut, da müssen die immer ein bisschen aufpassen, wo man steht. Wenn du in einem Block drinstehst, dann stehst du da drin. Und wenn der Block überfüllt ist, und das sind die Stehblöcke in der Regel, dann kannst du nicht einfach weggehen. Und wenn irgendeiner neben dir ein Bengalo zündet, ja, dann bist du halt mit dabei. Du hast da Pech gehabt. Also die Sache gerade mit diesen Schnellgerichten, deswegen bin ich da dagegen, dass solche Schnellverfahren dann gemacht werden. Gerade das begünstigt das natürlich. Die Fehlerquote wäre unheimlich hoch. Leute, die nichts getan haben, dann erst recht zu bestrafen. Ich könnte mir vorstellen, und was vielleicht wirklich eine abschreckende Wirkung haben würde, ist, wenn es wirklich ans Finanzielle geht. Das tut jedem weh. Und wenn die Vereine vielleicht dann wirklich eine Regelung finden, dass sie sagen, okay, wenn wir die Möglichkeiten haben, die Leute zu lokalisieren und ausfindig zu machen, dann holen wir das, was wir an Bußgelder an die DFL oder FDB zuzahlen, einfach von den Leuten wieder zurück. Das wurde ja hier und da schon mal gemacht. Ich finde, dass das eventuell ein Weg sein könnte. Immer unter der Voraussetzung, dass absolut hieb- und stichfest belegt werden kann, dass derjenige schuldig ist. Ja. Ja. Und ich meine, dann brauchen wir auch nicht drüber zu reden, mit diesen Sachen Bengalos und so weiter. Man kann davon denken, was man will, aber der Faktor ist nun mal, es ist verboten. Ja. Ja. Es fällt unter Sprengstoffgesetz und das Sprengstoffgesetz verbietet das. Und insofern muss ich damit rechnen, wenn ich sowas mache, dass ich dafür bestraft werde. Wenn ich mit 100 durch die Stadt fahre, muss ich damit rechnen, dass mir jemand einen Führerschein abnimmt, wenn ich erwischt werde. Ja. Ja. Also das ist im Prinzip nichts anderes, auch wenn ich gerne mal mit 100 durch die Stadt fahren würde. Aber es ist halt verboten. Aber man kann es trotzdem machen. Ja, klar kann es aber dann wird man bestraft. Genau. Kannst du auch ein Begalo anzünden. Ja. Okay, dann würde ich was sagen. Hätten wir das Thema abgeschlossen, oder? Ja. Dann dürften wir fertig sein. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die Rückrunde. Eine kleine Prognose haben wir ja ausgegeben, wer wo steht. Hoffentlich stimmt es, damit die Experten recht haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Talk. Ich hoffe, wir kriegen es diesmal ein bisschen regelmäßiger hin. Sprich jetzt nicht mit siebenmonatiger oder achtmonatiger Pause dazwischen. Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Fußballtalk. Bis dahin, euer Badeschlappen und euer Ja, und der Arno, ich will aber noch eine Sache sagen. Schreibt doch einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Auch was ihr zu den Ganzen sagt, wir können das beim nächsten Mal dann aufnehmen, wenn wir also mit aufnehmen, was ihr da geschrieben habt. Und vielleicht da noch ein paar Sätze sagen. Wenn einer noch eine Idee hat als Thema, wo er sagt, da würde ich mal gerne eure Meinung zu hören, dann könnt ihr das auch reinschreiben. Dann verabschiede ich mich. Tschüss. Okay, ciao.